Warum machst du dir keine? Weil ich... keine Ahnung hab. Ah, Pfeile. Pfeile, ich bin auch Pfeile. Jetzt glaube ich meine Pfeile, Alter. Wie viel hast du denn? Ich hab 30, das ist das Maximum jetzt. Ich hab keine Ahnung, wie viel ich hab. Auf jeden Fall hab ich da ein paar reingeschossen. Ich hab 18. Ernsthaft jetzt? Da kannst du so hoch. Ich hab's nicht hingekriegt eben. Ich hab's eben probiert, ich bin ja nicht hochgekommen, also bitte. Also bitte. Ich will hier nicht für Door verkauft werden, ja, danke. Oh Mutti! Das ist eine Metal Door. Ey, Papi. Okay, nein, nein. Ja. Ich mach meine Pfeile wieder, fertig. Pfeile. Vorsicht. Oh. Bist du ja wie dein Hund, wenn er sich freut. Mein Hund klingt nicht so krank wie jemand, wenn er sich freut. Jetzt ist er verbrannt. Mein Hund klingt viel süßer, wenn er sich freut. Hier sind übrigens zwei Türen. Oh, die hier ist schon offen. Hier liegt was. Hä? Was ist das? Wenn du das mitnimmst, geht die Tür dazu. Das ist einfach nur, um den Spieler zu zeigen, wenn ihr da Dinge drauflegt, gehen die Türen auf. Ich glaub, hier waren wir schon mal. Warte mal. Mach ein Licht. Das sind Leute. Und zwar drei Stück. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Der ist aber schnell totgegangen. Der hat schon gebrannt. Der andere Tür ist auch. Ich glaub, hier waren wir sogar schon mal. Aber wir haben noch nie hier im Let's Play Dinge aufgemacht. Das stimmt allerdings. Naja, ist okay. Das war am alten Spiel. Also, wenn er das überdommen hätte, dann wäre das sehr gruselig. Ich hab keine Ahnung, warum es gerade aufgegangen ist. Ich erinnere mich auch nicht daran, dass wir schon mal hier waren. Dann machen wir auch. Alter, warum lädt die Höhle nicht? Eigentlich schön aus. Sicher, dass wir hier noch nicht waren? Nee, hier waren wir noch nicht. Da hätte ich mich dran erinnern können. Ich war hier schon mal, aber nicht im Let's Play. Ich war hier auch schon mal. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es ein Let's Play gewesen wäre oder nicht. Ey, ey, ey. Hier hinten ist ein Seil, ne? Ja, aber da ist nichts. Achso, also nur für die Idioten, die runterfallen. Beziehungsweise für Erkundungslustige, die dann da erstmal eine halbe Stunde verschwendet haben, nichts zu finden. Außer sie haben erst was hingepatcht mittlerweile. Ha, ne Leiche. Ist das das, was ich vermute, was das ist? Ich kann auch so, dass wir hier wieder raus... Ja, wir sind, glaub ich, im Loch. Waren wir nicht schon mal im Stinkhole? Ach, theoretisch ja. Ja, wir sind im Loch. Aber gut, da die To-Do-List abgehakt hat, dass wir hier den Weg hier rein finden sollen, können wir hier theoretisch nicht weg finden. Aber warum ist die Tür da alle auf gewesen? Ja. Das ist nicht. Hä, warum hat sie die Tür noch mehr geöffnet? Immer wenn ich, immer wenn ich durchgehe, dann öffnet sich die Tür noch mehr. Haben die Juden eigentlich eine andere Farbe als auf der Oberfläche? So grünlich, ne? Ich könnte nur vor dem Licht liegen, grad. Irgendwie machen die Kugeln gefühlt keinen Schaden. Bei denen irgendwie nicht, ne? Vorsicht, Fleischklopps, komm mal da hinten. Aua, alter! Einen Schlag und ich verabschiede mich von meinem Leben. Ich habe ihn zuerst angezündet. Der Vater war im Übrigen noch am Leben. Oh, ach so, ja, wir waren schon mit einem größeren Zielen beschäftigt. Das habe ich gemerkt. Eine Frage, was passiert eigentlich, wenn man die Dinger hier in die Luft ja... Ich glaube nicht, dass die anfangen zu smellern. Nein! Weg da! Weg da! Ja, ich komme nicht weg, wenn ich vor dem Vieh hänge. Wir haben es gesagt, bevor du da warst. Nein, ihr habt es gesagt, als das Ding schon da lag und dann habt ihr mich gesehen, also... Also bei mir warst du noch auf dem Weg am Hinlaufen, als ich dir sagte, dass du weggehenlaufen sollst. Nee, bei mir lag das Ding schon vor dem Vieh. Aber hier unten gibt es sonst nichts weiter und von hier aus kommen wir auch nirgendswohin. Ich habe mal gesehen, dass so ein Ding zersplatter ist mit so einem Dynamite. Mal ausprobieren, wenn er wieder irgendwo leicht liegt. Da zum Beispiel. Feier weg da! Gehen Sie da weg! Der Feier kann da nicht weg! Er hat sich seine eigene Biene vor die Füße gebraucht, habe ich es richtig gesehen. Oh! Ich glaube, jetzt müsste ich wiederbelebt werden, nachdem ich die dritte Explosion abbekommen habe. Oh fuck, da ist noch einer! Metz... Oh, zum Glück war ein Metz immer relativ viel. Aua! Aua! Was war das denn? Was macht denn, die rennen für Olympia, oder? Weg da! Ah, endlich! Tatsache, sie zersplattern, wenn sie draufstehen. Wie eklig! Kann man davon was zu essen mitnehmen? Hä? Okay, ich brauche dringend was zu essen, Leute. Hier gibt es doch genug zu essen. Guck mal, hier steht noch ein Fuß! Das einzige, was mir an diesen Einzelteilen irritiert ist, wenn du die durch die Gegend schießt, haben die voll die unrealistische Bewegungsunschärfe. An ein paar Stellen. Hat jemand noch nen Sticky? Ja. Ich hab was zum Anzünden hier, soll ich mal draufwerfen? Nein. Ich will nicht mein Geld verbrennen. Du hoffst darauf, dass du hier nochmal mein Leben von der Insel runterkommst, oder was? Hast du noch nie den Bankautomaten eingeborenen Dorf gesehen? Eigentlich nicht, nein. Auch nicht die Tankstelle daneben? Nee, eigentlich nur den Flughafen, wo halt täglich Flugzeuge starten und landen. Kannst du dir dein Geld... Ich hab mich halt schon öfters gefragt, warum werde ich einfach hingehen und wegfliegen, aber irgendwie dachte ich mir, ach das wird schon nicht wichtig sein, euch das zu sagen. Das Problem ist, das sind die gleichen Typen, die einen Berliner Flughafen gerade bauen. Das dauert ein bisschen. Oh, achso. Hast du noch was zu essen? Ich sterbe, Leute. Da, bitteschön. Mal ganz kurz, AFK, ich muss trinken, erst ein paar Kuchen. Viel Erfolg. Im Moment muss ich nicht mehr ausschreien. Los, 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 Soundboard. Ich hab's nicht an, tut mir leid. Ich hab's nicht an, wie das gerade klang. So voll wehleidig. Ich hab's nicht an. Achso. Ich wollte sagen, warum das jetzt her? Aus dem Jenseits. Aus dem Jenseits. Da, wo der Jens sein ist. Hier in meinem blauen Stein. In dem Jenseits kannst du Jens sein. Das ist wie das von unten gerade aussieht. Haha! Hahahaha! Hallo, wie geht's? Ah, lalalala. Jetzt kann ich nicht teabacken. Lalalalalala. Oh! 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 Ich hab grad rausgetappt irgendwie Und 1, und 2, und 3, und 4, und 5, und 6, und 7, und 8, und 9, und 10, und 11, und 12, und 13, und 14 Nicole dreht sich einfach nur noch weg So Ich hab'n blauen Stein Los, wir machen einen Turm Wenn du draufstehst bringe ich auch noch drauf Hey Hilfe Bespringt sie Ja Kann man hier tauchen gehen? Boah Oh, hier ist ein Loch, tschüss, ich bin weg Ciao Leck, 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 leck Da unten ist ein Loch Hier ist ein Loch Aber letztes Mal, als ich das erste Mal hier war, stand dann noch Tobi Continued oder irgendwie sowas Ey, hast du dich noch dran, wo wir das erste Mal in diesem Ding hier waren? Bist du jetzt ins Wasser? Ja Oh, hier ist die wirklich hinloch Ist eine riesige Unterwasserhöhle Oh Wow Alles gefixt, gar kein Problem Ähm, das Problem ist, ich werde jetzt nicht sowas von elendig verrecken Hast du kaum aus Sauerstoff? Ich auch Ja Da sind wir alle tot Wir können von vorne anfangen Problem ist, du kannst erst nachfüllen, wenn das Ding aus ist, glaube ich Ja, du kannst ja das Inventar nicht öffnen, wenn du halt schwimmst Gibt's hier irgendwo Luft? Ja, ich bin tot Ich kann nur irgendwo Luft holen oder so, ich bin tot Kann ich versuchen, zurück zu schwimmen Ich bin tot Oh, du bist schon tot Ich werde aber auch demnächst sterben Ich weiß nicht, wo ich hin soll Wer hat die Idee, hier reinzukommen? Ich war das Toll, ich werde nie wieder an meine Sachen kommen Nie wieder Kann man, sieht die Leiche da noch? Äh Ähm Ihr könnt's ja nicht mitnehmen Ne, leider nicht Ja, alle meine Sachen weg Geil Wir müssten ihr den Taucheranzug organisieren Ja Ähm Wie machen wir das jetzt? Was ist das für ein Geräusch? Ja Gar nicht Pech gehabt Hast du das auch gerade gehört? Dieses Trommeln? Hm Das Problem ist, dass da die Leiche unter Wasser liegt, werde ich wahrscheinlich auch nicht rankommen Weil ich kann ja kein Inventar oder dergleichen öffnen Du musst ja einfach nur E drücken, aufheben kannst du's ja Du musst ja einfach nur E drücken Aufheben kannst du's ja praktisch alles Das Problem ist, wir müssen nicht erstmal da hinkriegen Ja Ich weiß auch nicht, wo der war Mit die schlaue Karte weiß das doch bestimmt Ja, aber ich will mich jetzt ehrlich gesagt nicht damit aufhalten, das jetzt nochmal zu machen Ja, du brauchst ja ein paar Sachen Äh Äh Ja Ja Ja